Adventskalender der Garten-YouTuber 2019 Ab dem 1.12. ist es wieder soweit. Unser gemeinsamer Adventskalender geht in die nächste Runde. Wir freuen uns schon auf euch. Du bist auch Garten-YouTuber. Du willst beim Adventskalender mitmachen? Dann melde dich bei uns für mehr Informationen. Der Adventskalender der Garten-YouTuber ist inzwischen schon eine feste Tradition, die wir auch natürlich in diesem Jahr fortführen werden. Und damit wollen wir einfach mal Danke sagen. Wir wollen uns bei euch bedanken dafür, dass ihr unsere Videos schaut und dafür sorgt, dass sich um das Thema Garten und Selbstversorgung eine lebendige Gemeinschaft bildet. Hier nochmal die wichtigsten Infos, vor allen Dingen für die von euch, die das Ganze in den letzten Jahren noch nicht verfolgt haben. Habe mir sogar ein paar Notizen gemacht. Will ja auch nichts vergessen, sonst kriege ich Ärger von den anderen Garten-YouTubern. Okay, also, wie es sich für einen gescheiten Adventskalender gehört, findet das Ganze ab dem 1. bis zum 24. Dezember statt. Und normalerweise heißt es, jeden Tag öffnet ein Kanal ein Türchen. Das heißt, ihr besucht diesen Kanal und dann kommt ein Video. Ja, und da erfahrt ihr dann, was ihr tun müsst, um die entsprechenden Preise zu gewinnen. Das entscheidet jeder Kanal selber. Meistens ist das selbst gewonnenes Saatgut oder was Gebasteltes oder irgendwas ganz anderes. Ist jedem freigestellt. Lasst euch da einfach mal überraschen. Erfreulicherweise ist die Anzahl der Garten-YouTuber gestiegen. Deshalb kommen wir schon lange nicht mehr mit 24 Türchen aus, beziehungsweise 24 Tagen. Deshalb wird es zwei Spezialtage geben, an denen ganz viele Kanäle ihr Türchen öffnen werden. Um zu erfahren, welche Kanäle alle mitmachen, schaut einfach hier in die Videobeschreibung. Allerdings könnten jetzt zu dem momentanen Zeitpunkt noch nicht alle Kanäle da unten drin stehen. Also immer mal wieder reinschauen. Wir aktualisieren das ständig. Und später, wenn die ersten Türchen geöffnet sind, wird immer die aktuelle Liste unter jedem Adventskalender Türchen zu sehen sein. Okay, abschließend noch eine wichtige Sache. Wie erfahrt ihr, wann ihr wo und ob ihr wann und wo gewonnen habt? Natürlich auf dem jeweiligen Kanal. Also abonnieren ist schon mal eine gute Idee. Und dann, wann der Kanal das Verlosungsvideo macht, das ist ihm dann auch selbst überlassen. Allerdings sollten die das schon nach dem 24. Dezember irgendwann veröffentlichen und nicht vorher. Okay, ich denke, damit wäre wirklich alles Wichtige zu unserem Adventskalender gesagt. Und ich möchte es nicht versäumen, mich bei euch im Namen aller Garten-YouTuber zu bedanken. Ja, dass ihr unsere Videos schaut und dass es auch jedes Mal wieder Spaß macht, uns vor die Kamera zu setzen oder stellen, um dann zu wissen, ja, das werden irgendwie dann auch Leute schauen und vielleicht sogar Spaß mit diesem Video haben. In dem Sinne, ich wünsche euch eine tolle Adventszeit. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.